ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play pokémon heartgold ja beim letzten mal habe ich ja gesagt zum ende hin dass ich ein taubsi fangen werde und das schon mal ein bisschen hoch trainieren werde haben wir jetzt also habe ich jetzt gemacht ich habe es einfach mal blali genannt das ist einer der geilsten youtuber die es gibt ja dann habe ich jetzt erst mal auf level 7 hoch trainiert dabei ist revi hatte auch gleich ein level hoch und wir haben jetzt endlich auch gut endlich mal also endlich eine feiertage und ja das gute bei taub sie ist es hat die fähigkeit adlauge das heißt das verhindert den verlust von der genauigkeit was sehr gut ist einziges problem was ich mit genau diesen taub sie habe guckt euch mal den initiativewert an das ist nicht ganz so schön anzuschauen nur 11 ja gut er ist jetzt auch nicht so eine bamme mit 20 aber ich denke mal auf level 10 wird taub sie trotzdem trotzdem langsamer sein als revi hatte aber naja dann können wir gleich hier einmal umtauschen loot an erste oder an zweite stelle an ersten machen wir mal silber blick tauschen mit deckel ja das überblicken eigentlich gar nicht rauffolge nutze ich ab und zu steig mal ja gut dann haben wir jetzt auch unser taub sie bleibt so taub sie lassen wir erstmal nach vorne so dann gehen wir jetzt weiter mit unserem taub sie ich weiß nicht ob wir in dem let's play so in den ersten paar folgen schon mal einem visor begegnen sind auf jeden fall bin ich da auch einem begegnet und leider bringt mir das für später nicht ich hab mir ja wirklich vorgenommen keine boxen zu benutzen ok das ist süß deckel erstmal scheiß wie teckeln wir weg doch wir hätten uns hätten wir auch gleich ein paar poko bälle holen können ach mach ich gleich die zeit haben wir ja so nochmal teckeln noch mal schnell zurück ein paar poko bälle und ein paar tränke wären toll wer weiß vielleicht haben wir irgendwas schon verkauft und wir nicht kaufen ja sagen wir mal nehmen wir mal ja elf mit 11 sollten reichen ja gehen wir nicht noch ein premier ball dazu tränke tränke ähm vier haben wir noch ja ich habe drei äh verballert beim trainieren ähm naja gleich vier ne komm wir kaufen nochmal drei zurück aber vielleicht können wir ja noch was verkaufen wenn wir eh schon mal gerade hier sind wegen giften brauchen wir eigentlich nicht können wir verkaufen sind zwar nur 50 poko dollar aber hey was man hat hat man ne wie viel ist es eigentlich wert hab ich nie geguckt ein hunderter kann man nicht mehr gehen attacken haben wir natürlich noch nicht werden auch nicht nicht ne tschüss aber gehen wir mal bei den da hinten gucken was der macht ach 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 ein heidelbein eigentlich gar nicht so schlecht komm wir kaufen uns mal einen dann können wir uns gönnen Ich habe auch schon ein Pokémon, was ich irgendwie ganz fest in meinem Team haben will Und zwar Sneebuna Jetzt würden viele sagen, ja gut, Sneebuna kannst du nicht fangen Es stimmt Ich kann mir aber Sneebel fangen Und das dann mit der Schafklaue weiterentwickeln lassen Und das geht ganz einfach Du musst einfach bei Nacht ein Level abkriegen Während das Sneebel die Schafklaue hält Und die Schafklaue habe ich mich auch schon schlau gemacht Gibt es in der Safari Scheiße, da kommen wir ja erst ganz spät hin Naja, egal Ach, ich bin dann gleich noch eine Rekroku mit Ist auch egal Das Sneebel reicht ja zum Anfang erstmal Naja, das ist halt O nicht Eis Und das ist schon mal ganz gut Außerdem wollte ich schon immer einen Sneebel haben Und ich habe bei den ganz alten, also bei Normalgold und Silber und Kristall Habe ich nie eins bekommen Nie Ich bin einmal einem begegnet Aber hatte keine Borgelwelle bei Und mein Team war schon ziemlich broke Kämpfen wir gegen den, oder? Ach komm, wir kämpfen gegen den Beginnen die Offensive Werden sie uns auch ausweichen können Eigentlich bin ich hier um mein Team nach einer Niederlage aufzustocken Aber du wirkst wie ein Schwächling auf mich Prima, dich knackt werde ich mir vor Ja, dann wirst du gleich mal erstaunt sein Was für ein Schwächling in Klammern ich bin Teenager, Julian Ein Radfratz Komm schon, ich weiß, das machst du doch locker fertig Oh, ich wollte mich auch nah Und jetzt zieht er nur so wenig ab Oh, und so viel Ob ich diese Attacke hasse Wenn ich sie nicht mehr einsetze So, das hat gereicht Das ist so Jo, hat gleich für Level 8 gereicht Initiative 12 Das ist peinlich Gibst mir deine Telefonnummer So können wir uns zu noch mehr Kämpfen verabreden Nein Gib dir nicht meine Nummer Ähm So Bist du dran Du wirst auch ein leichtes sein Bist doch ein Pokémon Trainer, oder? Liefern wir uns eine Kampel Ja, ich bin immer noch Erkältet Liegt daran, dass ich die Folge direkt nach der Kampel Ach, Topsi Ach, wie süß Level 2 Gleich ist es weg Mit Oh, mit One Hit, Alter Na gut So ein 6-Level-Unterschied Hat was Wird viel Ja gut, das machen wir auch easy going Ach, die Hiesel-Ante-Küssen Oh, die Hiesel-Ante-Küssen Oh, deine Hunde Jawoll Das ist seltsam, vorhin habe ich Haushoch gewonnen Ich würde mal sagen Du wirst das Leben Ab und da und zwar Ich kippe ja nicht die Leute Ach Der nächste Pokémon, was ist es? Ach, ein Hobby Ich kippe ja nicht die Hiesel-Ante-Küssen Aber am Pipe heben nicht Bring ich nicht Nehmen wir das doch gerne mit Ach, Tackle, Tackle, oh Tackle, was willst du mit Tackle? Bringt doch nix drauf, die Außer wenn ich jetzt Ich kippe ja nicht die Hiesel-Ante-Küssen Ich kippe ja nicht die Hiesel-Ante-Küssen Ich kippe ja nicht die Hiesel-Ante-Küssen Hm Ich würde mal sagen Ein Trank wäre jetzt mal angebracht Aber ich weiß nicht, wie gut Also ich habe nicht in Erinnerung Wie gut der nächste Trainer war Deswegen einfach mal einsetzen Machst du auf jeden Fall nix vergeben Was geht's? Ich suche dir Gäber-Pokémon Doch ich fand einen Trainer Aha Für die Bulli He Bestimmt weiß er mit Nachnamen Hönes Ja Der kam so flach Dafür entschuldige ich mich für diesen Megaschlechten Flachen Witz So, Level 9 Finstoß Noch eigentlich mal was für ein Hilftiges Weiter kämpfen Natürlich Endlich eine Flugattacke Eine Flugattacke One-Hit und weg Kann ich wetten Jawohl Wie ich gesagt habe So Dann würde ich sagen Ne Doch noch nicht Ein Level Machen wir mit Ibloody noch Und dann Kommt Vollriegel wieder nach vorne Wow, ohne Pokémon durchkommen Das hätte ich nie gedacht Ja Äh Falsch Scheiße So Ähm So Das hebe ich natürlich auf Trank Ja So Alles schön und gut Dann haben wir wieder 300 Pokedollar gespart Äh So Ähm Ach die Koko schwarz Das ist ja wieder Geheimat Und wenn ich mich nicht ganz täusche Dann müsste hier jetzt ein Pokedball sein Gucken wir mal Sag ich doch Welche hat Pokémon gefunden? So Mein Trainer Ich habe jede Menge Pokémon gefangen Lass uns kämpfen Ja Natürlich Was Wann kommt denn das Team voll? Aber alles nur mit Äh Ja Doch War fast Aber nur Raubi Saftkon Wannio Und Kokuna glaube ich Ich glaube das sind die einzigen Ah Ich voll tot Ich hätte auch Ich hätte auch Teck einsetzen können Aber nur mich egal Ach doch Wann auch Na egal Ja Ja Level 2 Diesmal Setz mal Bauern und Tackle ein Watt Doch keine One-Hit Och schade Er hätte ja klappen können Hat es aber leider nicht So Nochmal Tackle Wär doch gleich wieder Winchtu sein Oh Oh Nio jetzt Bestimmt auch zweimal Gutsch los Scheiße ist das schneller als ich Oh bitte nicht vergiftet sein Ich kann nicht vergiftet sein Oh danke Lieber Gott im Himmel Ich liebe dich Ah So knapp Und damit die Spannung Aufrecht bleibt würde ich sagen Bis dann Haut's raus Bis zur nächsten Folge Ciao Haut's raus Bis dann